Der Große kommt natürlich hier drauf. Nein, da ist Bett. Dann mach ich lieber den. Da ist er hin. Go! Das scheint sich jetzt zu lohnen hier. Da ist man rechts. Was soll dieses Pinke sein? Fahren wir da jetzt hin? Wegen Gold, äh wegen... Wegen Neugier. Ein Amethyst ergeben. Selbst da oben liegt noch was. Ach, ich bin schon wieder voll. Shit. Shitty Kaka Boom Boom. Muss doch hier noch einsammeln. Schon wieder voll. Da ist noch was. Bei Best. Oh, da ist ganz oben. Oh, ob ich das noch kriege. Jo, das war's. Oh, fast 8 Kilo. Goldpreis ist auch oben. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Oh, verkaufen. Oh, verkaufen. Ah. Ja, welche kaufe ich denn jetzt hier? Die fetten, oder? Die Permission wird schon langsam teuer. Dann haben wir hier ein. Und da ein. Hm. Ich guck noch was an der... Ich kenn jetzt hier noch einen Hardwarestore bauen. Machen wir. Kommt hier auch in meine CD rein. Ein kleines Park. Hier kein Geld mehr für. Hier. So. Was hab ich von denen eigentlich gekriegt? Ich müsste mal schauen. Wie viel ich von der Stadt kriege. Und ob sich das überhaupt lohnt. So. Neun Stück haben wir da. Bom. Da hau ich gleich mal zwei rein. Da ein. Da ein. Da ein. Da ein. Äh. Da ein. Und da ein. Da ein. Vielleicht mal da ein. Da. Da ihm stand da noch best. Schiess. Da. 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 Schöner voll. So viel haben wir eigentlich nicht mehr. Da haben wir noch ein bisschen was. Und da hinten. Und da oben. Da komme ich nicht. Da zieht es ja gaanz langsam. No fuel. Ne ist auch nicht. Job. Das lohnt sich ja nicht wirklich hier. Was die Town da so abwirft oder? Nicht wirklich. Aber die kosten ja auch nichts oder? Ja. Für die muss ich ja hier mal einkaufen. Das erste Goldpreis ist immer gestiegen. Was ist das? A power plant. 5000. Schau mal her. Schau mal her. Hatte weiss! Ja. Rat mal wer schon wieder pleite ist! Und jetzt. Ich freue mich, ob das jedes Mal neu ausgelost wird. Ich habe mal einen Schuh gefunden. Ich bin ja so stolz. Ich bin ja nicht durch, doch. Der Druck ist voll, hm. Das ist ein Wunderfall. viel mehr kann ich eh nicht transportieren macht gar keinen großen sinn da noch nein da brauch ich auch noch nicht zurückfahren die kleinigkeiten hier einsammeln ist eh gleich 20.000 immer schon investieren bald industrie halbeste haben wir schon weinyard und eine kirche muss natürlich hier auch noch hin dann hätte ich hier noch einen park schon wieder kein geld mehr darum ist das beste immer erst kaufen und dann mal schauen so hier war best der kriegt gleich zwei hier kriegt einer der kriegt einer der kriegt einer der kriegt einer so und dann können wir es ja noch mal wo probieren da ist bert auch da ja komm ich nicht durch ich habe nicht abgeladen hier komme ich aber durch, dass man sich äh tun wir wohl ganz schön versprengt das zeug drum heißt es ja auch sprengung so man kann jetzt noch hinfahren das versteckt sich manchmal hinter den bäumen ich muss ja nicht mehr zurück oder muss ich das zeug abliefern ich bin mir nicht so sicher 8,3 8,4 mal gucken ob ich jetzt 8,44 also was man auf dem trecker hat hat man auf dem trecker ich meine auf der auf der maschine da der goldpreis fällt erstmal muss ich jetzt sowieso kaufen und das nächste mal kaufe ich mir ein fold damit ich da was rein tun kann was ist mini cards jetzt increase the size of your mines dropzone ah ups erst die dinger kaufen hier bleude oh super hier mit der dropzone also also ok ok so so Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist schon noch was Healing Farm Darum so ein klein bisschen was, das hat sich jetzt nicht so toll gelohnt Ich bin da schon mal durchgekommen Wenn man hängt kostet alle Sprit Ach dann Muss ich halt oben lang fahren Der Goldpreis ist so lala Jetzt kannst du hier ein Fold Aber schon wieder ein bisschen gestiegen verkaufe ich das Zeug 1400 ungefähr pro Kilo ist der Goldpreis Und immer erst nichts bloßes Gaufen Die andere Theke Der muss da hinten hin Und Tja, leider haben wir kein Geld mehr Tut mir leid Bust Gold Bad Bad Direkt hier versuchen Bad Boom Und Bad Bad Ah, das bringt hier nicht viel. Dann kommen. Hm. Ich bin ja schon unterwegs. Tja, war es das schon? Leider bei den Bäumchen ist noch was. Dann kann ich da mal ein bisschen hochfahren. Da wo dieses Bad Shell ist hier. Da kann man auch noch ganz Kleinigkeit. Lohnt sich fast nicht. Aber ich nehme natürlich alles mit. Was ist das hier? So. Mehr gibt es auch nicht, oder? Darum ist nichts mehr. Kasching. Goldpreis ist so lala. Eins, zwei. Ich könnte ja... Ah, dann sage ich, ich verkaufe halt nur irgendwie für zwei, drei. Sind wir nicht viel gewesen? Nicht viel gewesen. Aber es bringt einen Lab. Hm. Möchtest du hier ein paar kleinere? Ne. Die sind nur die großen Bomben. Tja. Ich bringe alles... Für Springstof muss ich alles rausgeben. Das ist natürlich Stoff. Bad, Bad. Gold. Ein bisschen hier in der Gegend probieren. Bad. Okay. Machen wir das mal hier. Sauber. Ne. Komm. Komm. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. . Wie rang Da komm ich nicht nah genug an. Shit. B. Hm, den kann ich nur einsammeln. Na komm, reicht nicht. Das ist das Doofe. So, also einfacher tut man sich dann vielleicht bei, äh, was soll ich eigentlich, diese alten Boots hier. Ach, krieg ich noch 18 Dollar für. Einfacher tut man sich dann vielleicht, wenn da nicht so viel Wald ist, wo man es so einfacher einsammeln kann. Das kann mich auch nicht reingefahren. Das ist interessant, wer ist jetzt noch hier die Ecke? Ah, Goldpreis ist hollala. Aber wie soll man, wie soll man wachsen ohne... So, eine für 200. Was kostet Lab und was macht ein Lab? Ich versuche mal den für 500. Äh, Raffinerie, Load. Ich denke, ich bin ganz zufrieden mit. Was kann ich denn in einer Town machen? In einem Bookshop. Teueres Zeug. Das müsste ich denn... Mehr Geld habe ich eh nicht. Was ist das? Ach, die Explosives. Ja, nach da oben ist es natürlich ganz schön weit, ne? Ich könnte versuchen, jetzt hier so eine ganze Reihe zu legen. Und da dann einzusammeln. Guck mal, ob das was wird. Ja, ich glaube, da unten ist so ziemlich alles abgelöffelt. Ja, ich glaube, da unten ist so ziemlich alles abgelöffelt. Das ist, glaube ich, das Problem. Gehirn. Das war's für heute. So ist er hier oben lang. Tja, wo ist denn noch was hingeflattert? Ich krieg da mal grad 7.000 für, also der Goldpreis ist jetzt gerade schlecht oder? Ja. Okay. 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 machen da unten. Den Wald da weg machen. Das ist ja nicht viel, was es hier gibt.